Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Thierry. Ja, wie ihr seht, ist wieder RoboCraft angesagt. Ja. Das Display hatten wir in der letzten Folge gestartet. Was RoboCraft ist, kann ich nochmal kurz erklären. Man hat so eine Klötzchen hier zum Beispiel und wird rausbaut man halt ein paar RoboCraft in Form von Panzer. In Form von sowas hier, in Form von Flugzeugen, etc. Das werden wir uns alles noch in Ruhe angucken. Und dann kann man das gegen KI-Gegner, also gegen Bots machen oder gegen menschlichen Gegner. Das werden wir gleich machen. Ich gehe nochmal zurück. Hier, hier, hier. Ähm, hier. Einmal spielen und bearbeiten. Ich will erstmal gucken. Ich will erstmal was gucken. Ähm. Erstmal was gucken. Erstmal ein bisschen von näher hin angucken. Na gut. Gehen wir wieder zurück. Einmal spielen. Und, genau. Gegen KIs. Also ich spiele gerne Team-Deathmatch. Aber wir können erstmal hier mit Kampf-Arena machen. So, jetzt wird das verbunden. Mit dem Server. Und das dauert noch ein bisschen. Währenddessen trinke ich mal einen Schluck. Ja, das Spiel kann man bei Steam oder direkt bei RoboCraft vom Herumbitch kostenlos herunterladen. Man kann auch kostenlos spielen. Man kann auch Geld investieren. Aber man ist nicht so dringend. Ähm. Ja, da unten bin ich. Hier gucke ich mir gerne an, wie viele Punkte sie investieren. Oder investiert haben. Jo. Schauen wir mal. Unten sind die Herausforderungen. Man kann das jetzt nicht sehen. Eroberungs-Abbau-Punkte-Kampf um den Kern-Zerstörer. Die Basis. Ne. Das ist unser nah- und fern-Ziel, sozusagen. Werden wir gleich es direkt sehen im Spiel. Wenn das alles fertig geladen hat. Vom roten Team, da hängt einer fest, würde ich mal sagen. Diese... Ah, jetzt lädt er ein bisschen mehr. So, kleiner. Lad mal hin. So, jetzt geht's geht los. Jetzt geht's los. So, jetzt geht's los. Genau. Das geht ja schon gut los. So, jetzt müssen wir ein paar Punkte einnehmen. Ich geh mal hier hinten hin. Aua, 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 aua. Na toll. Jetzt fliege ich noch auf der Nase. Jetzt fliege ich hier noch voll auf der Nase. Ja, super. Ja, super. Sehr schöne Sache. Jetzt müssen wir schnell da hin. Ja, ne, ne. Ah, fuck. Ich muss jetzt weiterspringen. Ja, ich muss jetzt weiterspringen. Ja, dann kommen wir zu mir. Ja, genau diesen Punkt sollen wir hier einnehmen. Oh Gott. Oh Gott. Man muss auch auf das Spielfeld drauf achten. ja mein er ist ja tot jetzt muss man ein bisschen warten aber bis jetzt sieht es noch für uns gut aus kein stress kein stress so die Zeit ist abgelaufen so jetzt müssen wir noch mal komm reparier dich reparier dich mein kleiner freund jetzt werden die alle eingenommen hier unsere punkte so 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 Ah, hat wohl schon keine Waffe mehr, wa? Ah, fuck. Ja, ne, Prost. Na, bis jetzt sieht's für uns noch gut aus. Aber wird sich ruckuck erinnern bestimmt. Wie sieht's denn aus? Ja. Ja, haut mal alle ab. Ja. 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 Was ist das? Sack. Äh... GG! Ja so... Gucken wir mal an. Von den Punkten sind wir auf zweitem Platz. Ja, okay. Kills... steh ich mit... den einen da auf den ersten Platz. Joa... Zweiten Platz? Ist doch gut. Denn... Okay. Zurück... Ähm... Einmal, ähm... zum Hauptmini. Mal gucken was wir Schönes bekommen als Belohnung. Joa... Stufe 3... 4.233 Punkte. Das ist schon mal gar nicht mal schlecht. Oh... Glückwunsch! Du hast die folgende Bergungskiste erhalten. Eine... Protoniumkiste. Okay... Dankeschön. Nehmen wir mit... Schubdüse Panther. Einmal und... 800... Ähm... 3... Ähm... 800... 600... Ach... Ihr... Wie viel schon. 24... 24... 2400 Punkte. Glaube ich, oder? Oh... Ein Diamanten... Bergungskiste. Hat die nun nie... Für deine Platz in der Bergungsk... Bestenliste am Ende deines letzten Kampfes hast du folgendes erhalten. Okay... Hatte ich nun die... Diamanten. Was kriegt man so schönes? Echt jetzt? Glaskobus. Okay... 4000... Und den Barakatentdecker. Okay. So... Wir können mal... Nochmal hier hin. Nochmal da hin. Dann... Nehm ich das mal... Ey... Nehm ich das mal weg. Was ist das für schönes? Paschen Plasma-Puls. Okay... Nein... Verklickt. So... So. Dich da hin. Können wir dich mal hier hinsetzen? Sieht total bescheuert aus. Aber okay. Also so gut kann ich nicht bauen. Aber ich will ja auch keinen Schönheitspreis gewinnen. Was haben wir da Schönes? Noch Infantar? Achso, genau. Dich. Dich möchte ich weghaben. Dich möchte ich weghaben. Dich möchte ich da hinhaben. Dann möchte ich Dich weghaben. Dann möchte ich Dich weghaben. So. So. Wie viel haben wir doch davon? Ein. Ein. Hm. Mach' ich Dich einmal. Dich einmal. Dich. 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 Gib mir mal bitte wieder. Gibst du mir nochmal einen? Was stört denn? Was stört denn? Ähm. Was stört denn? So. Sieht total bescheuert aus. Aber okay. Einmal zurück im Hauptmenü. Einmal. Wir haben eben bereits ein Kampfarena-Match gemacht. Jetzt machen wir ein Deathmatch. Das ist was wir. Wenn wir in der erste Folge gemacht hatten. 25. Müssen wir. Töten. Oder. Ja. Eine. Wofür der 25 von uns. Müssen sterben. Um das Spiel zu gewinnen. Ja. Mal schauen wir mal. Also. Jo. Das geht mal fix. Das sieht aber auch schon gut aus. Wenn alle fix starten. Auf wen muss man warten. Na. Nicht auf mich. Das ist schon mal gut. Ja. Na komm. Ich muss kurz mal husten. So. Jetzt sind wir schon im Spiel drin. Zack. Ja. Das machen wir ruhig die anderen Vorfahren. Ja. Super. Ja. Ja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Du oder ich? Haha, ich würd mal sagen du. Ähm... Ähm... So ist doch schön. Auf 100%? Ja. Ah, hätte klappen können. Einfach draufhalten, irgendwie ein Drissmann. Ah, Piper hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will doch nicht sterben. Ich bin noch zu jung für diese Welt. Ah... Jetzt lädt er sich noch voll. Ah, toll. Ich will nicht sterben. Mit WF kann man sich wieder waagerecht sich hinsetzen. Wie steht's denn? 7 zu 2. Das ist doch schon mal gut. Knapp 6 Minuten haben wir noch Zeit. Oh Mann. Oh Mann. Sehr schön. Das war ein Punkt für mich. Sehr schön, das läuft. Ja. Wenn wir nicht auf 25 kommen, ist auch nicht so wild. Hauptsache wir haben einen mehr als die anderen. sehr schön. Das war's für heute. Na, jetzt hab ich keine Füße mehr, oder was? Ja, alles gut. Ja, sehr schön, sehr schön. Da hinten braucht jemand Hilfe. Bin unterwegs. Ja. Ja, halt mal alle ab. Kein Problem. So, viel weiter. Ja. 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 Du und ich, mein Kumpel. Danke. Du oder ich? Alright, da bist du. Das war nicht gut überlegt, Thierrym, das war nicht gut überlegt. Verklickt habe ich mich auch noch. Das war nicht so gut überlegt, nein, 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 das war nicht so gut überlegt. Eine Minute sieht für uns gut aus. Das sieht für uns gut aus. Ja, komm mal ran hier. Ja, 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 ja. Jetzt kommt es da lang. Ja, 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 ja. Super. Juhu, das... Wir haben gewonnen. Wie stehe ich denn? Auf Platz 3, okay. 4 Kills, 1 Tod, Schaden. Ah, Platz 5. Ah, okay, macht nix. So. Dann laden wir mal bitte hin. Mal gucken, was wir Schönes bekommen. Ja, super. Ja, super. Platz, äh, Stufe 4. Wir haben 3.121 Punkte bekommen. Und... Klipp und Schloss. Die folgende Bergungskiste halten. Eine Protoniumkiste. Und da drin befindet sich... ...und... 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 ...frontleser... ...Ruppets... 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 ...4800. Hört sich gut an. Und ein Elektroschild... ...C links. Okay. Und dann haben wir noch Goldkiste bekommen für deinen Platz... ...für deinen Platz in der ersten Liste am Ende deiner letzten Kampfes. Hast du folgende erhalten? Goldkiste. Eine Gold Bergungskiste. So. Was findet sich da drin? Oberwolf... ...Auge rechts. Okay. Ein lenkbarer Radentdecker. Okay. Und... ...Ruppets auch wieder. Also Gold. Also... Ja. Ja. Damit man die Dinger bezahlen kann. So. So. So weit, so gut. Ich beende jetzt erstmal die... ...wenn wir jetzt hier reingehen. Ah. Wie cool ist das denn? Das ist ja cool. Hehehe. Dann weiß ich ja, was ich in der nächsten Folge mache. Ein Hover. Okay. Spielen wir damit. Ich freu mich jetzt schon. Ja. Wenn ihr auch sehen wollt, was er so kann. Dann schaut in die nächste Folge rein. Genau. Bis es wieder heißt. Hier im Zockt RoboCraft. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Bis dahin. Bye Bye. Bis dahin. Bis dahin.